So, also das war ja nun wirklich klar hier, dass Mila abhaut. Sie hat ja schon öfters geäußert, dass sie uns da eigentlich gar nicht mit hineinziehen möchte. Und von daher, ja, für mich jedenfalls nicht weiter verwunderlich. Leider, leider. Ja, wo könnte sie sein? Wir gehen einfach mal raus aus dem Hotel und schauen uns hier ein bisschen um. Ich geh mir erstmal in die Richtung. Mit etwas Glück versucht sie jetzt, oh. Oh, Isla, guten Morgen. Guten Morgen. Ich hörte von deinem Zufall gestern. Sie sind wirklich glücklich. Ja, aber alle anderen nicht. Natürlich. Was für mich zu sagen, was ich zu sagen. Entschuldigung. Entschuldigung, haben Sie gesehen, Mila? Well, das ist die erste Mal, dass wir wirklich sprachen, nicht wahr? Sie ist nicht mit dir? Es scheint, dass sie sich selbst weggegangen ist. Ich weiß nicht, dass du von irgendwoher nicht? Hm? Vielleicht bist du mit Elis hier mit Elis? Elis? Nein, ich weiß sie nicht. Nein, ich weiß sie nicht. Ich habe eine Errengung, ich muss nachdenken. Ich sehe dich später. Was war das? Was war das? Was war das? Was war das? Wir müssen zurückkehren, für Mila. Wenn Exodus sie alleine verletzt, könnte sie in Probleme sein. Hey! Mila ist nicht wie du! Sie ist ein schwerer Kuchen! Es ist nicht Mila, die uns zurückholt. Was soll das sein? Komm schon, stopp' zu spielen. Lass uns zurück in die Suche gehen. Oh. Genau. Ja, ich habe es selber mitbekommen, Mila ist wieder mal ein wenig mehr mit der Sprache herausgerückt und zwar jagt sie eine Gruppe namens Exodus schon seit 20 Jahren. weil sie die Spirix zerstört und ja, ist damit Exodus ein Dorn im Auge und die haben gestern wohl zu ganz drastischen Mitteln gegriffen und zwar haben sie Gift ins Essen getan. Ja und wir sind die einzigen, die überlegt haben. Der ganze Raum ist ja beziehungsweise alle Leute, die im Raum waren, die auch gegessen haben, die am Turnier teilgenommen haben, alle die im Gasthaus waren, sind alle gestorben. Nur Mila hat Gott sei Dank rechtzeitig reagiert und hat uns gewarnt, daher haben wir noch nichts gegessen. Mila? Hey there. Hope that. Gut. 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 Gut, ich will also eher Oh, wow. How did you know we were tournament fighters? Why else would you be here? Outsiders are either combatants or spectators when it's tournament time. That's just common sense around here. Jeez. Why'd you ask them that? Sorry, something just clicked in my head. Let's head to the arena. So, ja, und obwohl so viele Menschen gestern gestorben sind, ähm, es ist unglaublich, wollen sie das Töne trotzdem fortsetzen. Angeblich liegt es daran, ja, hier ist es wieder falsch, liegt es daran, ähm, ja, dass das nur nur alle zehn Jahre stattfindet und daher... Daher soll es auch weiter stattfinden und irgendwie... Ich hasse... Mann, muah, falsche Seite. Ich werde es mir nie merken können. Ich werde es mir nie merken können. Zum Stromteil, wieso möchten die nicht? Nein, nein. Aber ganz ehrlich, ich bin auch gespannt, was, äh... Aisla, Aila, wie auch immer sie heißen mag, ich habe es schon wieder vergessen, über Lise weiß schon, denn sie weiß definitiv was, das haben wir an ihrer Reaktion gesehen. Und wir fahren jetzt zum Kolosseum. Die ersten Runden waren auch hier ziemlich einfach, von daher... Ah, bin ich guter Dinge, dass wir das Turnier gewinnen. Und dann kam Füsten tot. Und dann kam Füsten tot. Hold on, how do you know about those meanies? Is it okay for you to say this? My way of thanking you. What are you talking about? Alvin is working for Exodus. What? You're kidding me, right? I wish I was. They've been having me do odd jobs for them. Don't tell me the poison was... That wasn't me. I almost choked down some of that stuff too, you know. I don't know who was behind it either. I worked for them, sure, but it was always small fry stuff. Just tell me one thing. Can you promise us you'll never work for them again? Yes. You have my word. Good. Were you privy to Exodus' plans? Uh, yeah. I mean, I heard some things. They hoped to change the rules for the finals. And use it to kill Mila. Even if you win, they have a backup plan. They figure you'll be worn out. Easy picking is for their snipers in the cheap seats. How dare they stay in our proud tournament with their foul tricks? This is an outrage. Their plan is a house of cards. If any one of you fights as a champion in my stead, the whole thing collapses. Oh, good thinking. Still, I'll take their bait. Anything to drag them out of hiding. Are you nuts? Why? It is far too dangerous. I cannot allow you to risk your life just to bait Exodus into the open. Yeah, it's not worth it. Mila's gonna die! It looks like Jude agrees with me at least. You want us to take care of the Exodus agents in the stands. That's your plan, right? Exactly. Are you serious? Normally, we have no way of knowing when Exodus will strike. But now we have a time and a place. It's a logical plan. If we don't strike now, they'll slip away and find time to prepare a new plan. There's no guaranteeing that one won't be even more devastating. You're really going to enter? The pride of your clan is on the line, isn't it? We both get what we want. You really are something. Very well. So we're left with no choice but to ensure that everything goes right. Your strategy must succeed. Correct. Let's go. Mila. Let's give Exodus a taste of their own poison. Agreed. Okay. Ihr habt es mitgekriegt. Also, Alvin hat für Exodus gearbeitet. Und der Plan ist es natürlich, Mila während des Turniers zu töten oder nach dem Turnier zu töten. Doch wir haben sie extra eine Regeländerung eingebracht. 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 Champion! Champion! Tragedy nearly put an early end to the tournament yesterday, but Coolerheads prevailed with the tournament committee, so today the finals will go up! To ensure that everything will be conducted fairly, we will fall back on precedent and use the Lake King's rules! Because that makes a lot of sense. Oh! 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 Da möchte wirklich jemand, dass sie stört. Alvin! Sie sind nicht hinter dir. Sie müssen sie Tee-Poe sein. Es gab keine Sniper in den Stands. Ich wusste nicht, ich versuche! Dann ist es für dich, um sie zu retten. Was? Das heißt, dass du meine Loyalität testierst? Ich bin auf dich, um das zu tun. Was? Ich bin auf dich, um sie zu retten. Ich bin auf dich, um sie zu retten. Ich bin auf dich, um sie zu retten. Er wird helfen, Mila? Vielleicht gibt es keine Sniper in den Stands. Los geht's dann! Ich bin auf dich, um sie zu retten. Ich bin auf dich, um sie zu retten. Ich bin auf dich, um sie zu retten. Bis jetzt sieht das ja alles andere als schwer aus. Der Junge kriegt ja, so der war es noch die Schwester. Ach hier ist noch einer. Und Skiller Strike. So, das war es mit dem Kampf. 1200, geil. Jeder hat hier ein Level abbekommen. Es hat auch sehr gut funktioniert, dieses Team. Ja und ihr habt es gesehen, Tipo wurde entführt. Sie haben es diesmal nicht auf Mila abgesehen. Elise und Alvin rennen hinterher, während Mila und Co hier aufgeräumt haben. Und die Waffen wurden angetrieben mit Spirits. Sie haben es gesehen, wo Alvin und Elise fielten? Ich habe die Mitglieder der Klan nachher, aber ich habe noch nie gehört. Wir schauen uns auch an sie. Holden. Wir wissen, dass sie die Stadt verlassen haben. Sie werden nicht viel Glück finden, wenn Sie nicht mit der Stadt kennenlernen. Lass uns die Landwirte das tun. Wir finden sie. Ich versuche mir, dass Sie hier warten, bis wir machen. Sehr gut. Okay. Das dauert sehr lange. Du glaubst nicht, dass Alvin uns auf uns gehalten hat? Wie hätte ich Elis gehalten, wenn ich sie so gesehen hätte? Wenn ich nur noch mehr bemerkt habe. Das ist nicht deine Schuld, Leia. Aber... Wir haben sie gefunden. Wo geht es? Wir waren zu viel interessiert. Sie haben nach den Royal Hunting Grounds gezogen. Wo ist es? Es ist eine Bäume neben der Stadt, die die Könige haben sie als ihre private hunting grounds genannt. Es ist ein besonderes, primeval Ort. Der Katarl-Klan schaut nach dem. Vielen Dank, Jürgen. Die Hunting Grounds sind mit gefährlichen Monster. Bitte, sehr vorsichtig. Spiristufen. Spiristufen. Was wir in der Arena gesehen haben, ist auf einem viel höheren Level, als der Typ, den ich vorhin gesehen habe. Um so viel Macht zu schützen, sogar auf einem hohen Level zu schützen, ist ein verrücktes Konzept. Und es ist leider eine Realität. Auch noch schlimmer. Suche Macht wurde von murderenden Spiriten geteilt. Ja, und deswegen hat Mila da so ihre Probleme mit. Und das kann ich natürlich auch verstehen. So, wir machen jetzt mal schnell ein Level ab hier. Und dann machen wir uns auf die Suche. So, Lea ist dran. So, Lea ist dran. So, ich weiß immer noch nicht, wofür die ganze Beweglichkeit gut sein soll, aber wir machen das erstmal. Und, oh, mit Mila haben wir ordentlich was. Auf 220 dürften wir da locker kommen. Ah, sogar noch mehr. 234. Reduzionsangriff und Stärke haben wir hier gewonnen. Und wir geben ihr noch ein bisschen Leben. So. Merke, Mamata, noch eine zu große Nähe. Komm schon, lasst uns das Show auf die Straße. Lea, deine Hand ist hurt. Oh, das ist nichts. Ein paar Lippen und es wird so gut wie neu. Ich wundere das. Hier, lass mich es. Du bist nicht meine Mutter. Spare mir das Bravado. Ich kann immer sagen, wenn du es fachst. Ha! Frau Manjüde kann direkt durch eine Frau's Herz. Als ob. Und noch kann ich dich wie ein Buch. Oh, wirklich? Was ich jetzt denken? Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen, lass mich jetzt was glasseschen. Ich war super viel 다ем. Si. Moana, dasiel nicht klappt. Großmeister Schüler, so, dann machen wir uns hier mal auf die Suche.